Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mordor-Schatten mit mir, dem Nikolas aus dem Basmati-Team. Oh, sieht gut aus mit der Sonne. Gefällt mir. So, laufen wir mal los. Da Richtung Main Quest. Was unterwegs kommt, wie diese Faust hier. Was ist denn das? Moment. Kurz gucken. Sklaven. Einfach wahrscheinlich befallen. Da je. Erst mal hier hoch. Wo wollte ich denn jetzt gesehen? Was ist denn da hinten? Hast du das gehört? Jemand hat ihn getrenntet. Was ist denn? Zack. Komm her. Was ist das? Hoppala. Störungen verkackt. Oh, oh. Karagor. Oh, 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 oh. Ey, ich hab leertest gedrückt wie sonst einer. Eee, oh, zu spät. Ich bin schon tot, oder was? Oh, wow. Fängt ja super an, ne? Oh, 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 oh. Hm. Na ja. Was geht denn alles ab? Und noch einer. Na ja, das ist ja mal nicht so optimal gelaufen. Was sind diese Türme aus Silber? Sie sind Lichter, die uns im Land der Schatten führen werden. Dort, wo alle anderen Lichter versagen. Es sind blasse Reflektionen des Lichts der beiden Bäume und Erinnerungen an ein verschwundenes Königreich. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Na, hat doch mal geklappt. Bam. Wow, wow. Ach nee, Moment. Der ist ein Sklaven. Na dann. Wow. Ich hab den ganzen Kopf durchgeknallt, ey. Ich hab den ganzen Kopf durchgeknallt, ey. Ich hab den ganzen Kopf durchgeknallt. Ach. Wow. Alter. Das ist echt sehr krass. Gott, der ist schon tot. Oh, was ist das da denn? Dmitri-Klinge. In 700 Blitz schlug er in die Reihen des dunklen Herrschers ein. Jeder Gegner war bereits tot, bevor er die Bedrohung auch nur erahnte. Ähm, würdest du sagen? Mach ich doch mal, oder? Was? Das gehört, der Waldseufer soll sich hier herumtreiben. Was? Nein. Halte die Augen auf. Den schnappen wir uns. Was? Erstmal von oben killen. Ohpala, falsche Taste. Jo, mach ich das doch mal. Okay. Oh. Okay. Mit all seinen Tricks hält sich der Waldläufer wohl für was Besonderes. Was? Freyheit. Was? Du hast ja ganz gut, ne? Ich weiß ja, wovon wir das hier klappt. Fuck, hab ich den da nicht vergessen? Was sucht ihr denn hier hinten? Wtf? Wo kommt der denn her? Was soll denn die Scheiße? Jetzt bin ich wieder ganz zurück. Oh, steht da hinten wieder einer? Oh, what? Ach, dann ist jetzt auch wieder einer. Okay. Hab ich mir wohl noch eingebildet? Wollte ich jetzt entdeckt oder was? Gut drauf. Ich zahle Dings ab. Also diese Midri nehmen Missionen ab, um Mirian zu halten. Ich verdiene genug, um eine mächtige Verbindung für dein Dolch-Karren kaufen zu können. Da kannst Schatten kannst du für kurze Zeit unsichtbar werden und du kannst schlechte Drogen durchführen. Okay, krass. Aber jetzt hab ich ein Problem. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Ach, verdammt. So, jetzt aber den hier. geh eigentlich wo das aber noch irgendwas gelbes ist das denn ja klar hat mich nicht schon wieder da gesehen was ist denn das ist hier oben hier dieser haufen hier was ist das denn oder kann man irgendwie rein immer noch mal in die richtung von dem auftrag hier ich glaube ich sollte mich mit dem hauptmann anlegen die 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 Wow. Ja genau, erst mit den Schäden spalten und dann abhaken. Genau so geht es. Ey, die Dinger sind so brutal. Das finde ich los. Der Hammer, ja. Alter. Ich finde eh die Animation so sehr gut. Zack. Und fertig. Nicht schlecht. Mach mal. Na. Lauf, lauf. Da ist aber ruhig ein paar Killen. Ist mir egal. Ich verstehe nicht, warum die Menschen so viel schreien, wenn ich ihnen meine Faust in die Rippen rabe. Und wenn hier schon wieder alles ist. Also diese, ähm... Dings, wenn ich schwer aufgeladen ist und nicht recht drücken muss. Die sind nämlich der Hammer. Und die gehen wenigstens direkt. Die sich nicht erst so stundenlang reinhacken. Da ist es fast besser als diese große Gruppe auf jeden Fall. Da kannst du dir gar nicht viel mit dem Schiff hinlischen. Jetzt haben wir diese liegen. Da einfach zu warten, bis das Schwert aufgeladen ist. Boah, alter. Und dann, äh... Diese zu finischen. Oh, da hab ich nicht geblockt. Und da kommt halt wieder was. Oh. Alter. Richtig geil. Ja, da trifft er eh nicht Von daher Kommt schon näher ist einer Und du dann auch Na, dann eben so Ja, auf jeden Fall Oh ja, auf jeden Fall Komm her, sag Ist hier ein paar Schellen zu spüren Was ist denn das da unten Ach, das ist ein Ah, das ist ein Hauptmann ja dann hin Den hole ich mir doch Komm her Welch zartes Hälslein du da hast So leicht von den Schultern zu brechen Ich bin doch kein Fuß, Alter Keine Chance Lass dich gestürzt What der haut ab Wir haben keine Wahl Du willst mich verarschen Was ein Pisser, ey Komm her, ey Ah, ich hab leider diese fähig gemütliche Schönlichkeitsbus nicht Jetzt hält ich sie gern Ja, genau Jetzt, greif den mal Nicht auf mich, du Idiot Ja Ja, geht doch Nein, geht nicht Wow, nein Ey, wenn ich jetzt noch sterbe, ne Dann raste ich ja nicht aus Lauf, lauf, lauf Ich hab... Jetzt hast du gedrückt Oh man, ey Was soll ich denn hier machen? Ja, ja, toll Gut Ich will trotzdem noch weg Lauf Lauf Ah Oh Mann, ey Lauf Oh Oh, durch ein paar Orks oder so Ach du Scheiße Ah, ah Die Scheiße hier Ja, jetzt lauf Nicht so dumm hier rumspringen Boah, ey Ach Okay, vielleicht Die Chance nutze ich schon, löff ich schlauen Dem lauf ich vorbei, ey Ach du Scheiße ey Huuu Ohhhh Warte, ich rieche etwas Sie haben ja weglaufen müssen ey Das ist echt schwer die denn zu anhören Boah, Buhle. Egal, die sterben schnell, erhoben uns ein paar. Komm her, zack, 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 zack. Wart das schon? Oh, wie das aussieht ja. Nix können die. Nix. Gibt es hier irgendwo ein Karagor? Oh, Eingabe sollte ich vielleicht mal machen. Oh, zwei Stück. Krass. Hier, das war das mit dem... Ja, das finde ich, ehrlich gesagt, das war doch ganz wichtig. Ah, hier kann ich noch nicht. Okay, gut. Was ist hier? 180 Punkte. Was ist hier? Ach so, noch ein Ruhnenplatz. Was ist das hier nochmal? Mehr Elbengeschosse. Schwert-Ruhnenplatz. Habe ich denn für das Schwert eine Rune? Da will ich da erstmal gucken. Ne, ich habe sogar noch einen Ruhnenplatz. Aber ich habe keine Schwert-Rune. Moment. Moment. Wenn ein Hauptmann stirbt, gibt es doch eine Rune. Moment. Na, oh Gott. Ja, dann... Wie du immer auch noch. Soll ich ihn töten? Versuch's mal, Junge. Ich wollte eigentlich gerne auch so einen anderen, das benutzen. Komm, kannst du auf nicht. Boah. Ganz reingesteckt. Ja, geh mal auf den anderen hier. Ey, die war doch gerade aufgeladen. Oh Mann. Oh, da sind wir schon wieder welche, ne? Nein. Hier, auf die. Was? Nur jetzt noch den hier. Oh, verpiss dich. Das sagt er mal. Und die, wo ich mir Informationen... Und zwar... Äh, was? Das in der Nähe, okay. Hier das? Oder wie? Ja, anscheinend. Was ist das denn? Okay. Ich verstehe diesen Faden dann nicht. Kann man nicht irgendwie... ...in hier sagen, so, ja... Was ist denn das hier? Hm. Guck mal da einfach mal, wer das hier ist. Der Kleine. Oh, jo. Okay. Zack. Unkaputt. Oh, hier gibt's eine Deutschruhne. Ich hätte mir gerne, äh, was für das Schwert. Ah, da ist das hinten eine, äh, Bogenruhne. Geh mal hier hoch. Da würde ich hier ja gerne... Ah, holen. Oh, oh. Oh, 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 oh. Na. Oh, Gott. Diese Cargo-Viecher da, ne? Komm her. Oh. Pfeil und Bogen ist... ...doch nicht schlecht gegen die. Ja, klar. Die ist da unten. Ja. Boah. Äh, Leertaste. Nein, nein. Bin ich jetzt tot. Alter, das kann doch nicht sein. Alter, ist ein Treuer. Oh, oh. Aha. Die durchdrehen sich jetzt. Der ist auch noch befördert. Der auch. Also langsam mal kämpfen die sich hier echt, äh, ne? Platz ist ja nicht speziell. Was ist das für eine magische Kraft, mit der du in ihren Geist dringst? Das ist nichts Gewöhnliches. Es ist die Macht, Schrecken unter den Dienern des Feindes zu sehen. Es ist die Macht, die zu jagen, die dem dunklen Herrscher folgen. Das war's für mich mit der Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschö.